So, herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Poker MMO. Wir sind gerade am Blumenladen und gehen da jetzt rein. Flauschi ist schon ein bisschen weiter. Ja, aber wir holen uns hier noch eben schnell die Gießkanne ab. So, und da habe ich die schon. Gießkanne? Ja, hast du sie dir nicht geholt? Nee. Ja, die ist hier in dem Blumenladen drin. Okay. Hey, du müsstest die doch eigentlich auskennen. Ist eigentlich mein Zuhause. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, vielleicht fragst du da mal nach Arbeit. Ich habe doch schon einen eigenen Blumenladen. Ja, aber du kannst ja expandieren. Stimmt eigentlich. Kannst du die doch da abkaufen. Ja, mal nehmen hier. So, boah, Pfiff hier, ne? Scheiß Sandwirbel. Das rastet aus. So, Typ. So. Hier haben wir ein Pokémon gefunden. Warst du auch auf der Wiese? Hinter dem Blumenladen? Na, was? Ja. Den hab ich. Weil da gibt es ja auch viele Sachen. Hä? Von wem habe ich jetzt diese Bieskanne bekommen? Äh, von der Blonden da. Da warst du gerade. Hallo. Hi. Ich muss ja erst mal gegen die hier kämpfen. Oh, hab ich schon. Tschüss. Ja, ciao. Wann lernt man eigentlich der Schneider? Ähm, in der nächsten Stadt. Wir müssen halt nachher eh wieder runter. Och, Mann. Hier ist das Gym, ne? Und wie. So, Zickzack wird jetzt ja erst mal getötet. Oh, ich wechsle mal meine Pokémon. Ich denke, aber die erste Arena ist eh leicht. Da du ja auch ein Wasser-Pokémon hast, ne? Den Ghoul. Kann auch Wasser attacken schon. Roxanne, ja, eine halt. Aber ist noch nicht so weit. Reicht ja. Ich denke, du bist ziemlich weiter, was das angeht. Hä? Werd hier die ganze Zeit trainiert. Wie, die ganze Zeit trainiert? Stimmt, ich bin ja auch ein Trainer. Okay, da hast du natürlich recht. So. So, mein erstes Pokémon entwickelt sich. Och, nee. Och, nee. Was ist? Nee, sag ich noch nicht. Jetzt bin ich traurig. Wegen dem Geschlecht? Nee. Das war diskriminierend. Gegen über gewissen Geschlechtern. Was denn? Okay. So, jetzt kommt der nächste Kampf. Sag, wenn, wo? Mal vor der Arena, bis dann komm ich, ne? Ja, ich muss ja eh erst mal gegen die restlichen Trainer kämpfen. Ich glaube, dein Jungblut ist schon viel zu stark für mich. Echt? Ja, bestimmt schon Level 20. Hey, ich hab's die ganze Zeit nicht trainiert. Okay. Ich will nicht wissen, auf welchen Level das ist. Das ist auch... Ja, siehst du dann doch. Och, Mann. Hey, ich glaub, unsere sind etwa gleich... Lol, der Klurak hier. Echt? Ja. Man kann ja später von hier aus nach... holen, äh, nach... Juto und Kanto. Lol. So. Ach, nee, nicht schon wieder so ein Scheiß-Knitz. Wehe, du tötest nicht. Absurd. Jetzt schon mal die Trainer da in der Arena, ne? Ja. Du kannst auch nie warten, ne? Nee. Frag mich wirklich, wieso es diese Trainer in der Arena gibt. Also nicht... Kann man so leicht austricksen? Nein, du kannst wieder rausgehen halt. Ach so. Und's aufladen. Ach so, das meinst du, ja. Das reicht. Und das sind auch immer so Kinder drin, ne? Okay. Och, nee, da ist auch so ein alter Käfer-Tipp. So. Und der Doppelkampf, der erste Doppelkampf? Er ist da? Ja. Ich muss dich ein bisschen beeilen. Ach, komm. Hopp, hopp. Unser Murzel und Lord Durzel. Hier kann man eigentlich keine Namen geben, oder? Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Aber vielleicht irgendwann bei diesem Namensänderer-Typ-Dingsbums. Oh, nee, Marie. Nicht sterben. Critical Hit. Nice. So. Bitte, bitte level up. Nice. Ähm, falls... Tackle... Fall... Das. Ja. Pack. Nice. Oh, ich bin echt gespannt auf unseren Kampf. Ah, ich seh den Typen mit Lurak. So. Oh, die Zwillinge waren leicht zu besiegen. Ja. Muss ich mal so sagen. Kämpfe ich hier mal gegen den Angler. Ich hoffe, er hat nur Capra-Doors oder so. Nein. Aber das gibt's in manchen Editionen. Das welch Angler gibt die Capra-Door. Der hat doch Capra-Door. Was lagerst du? Oh. Ich glaube, du bist falsch informiert. So. Och, Mann. Ich hab echt Angst vor deinem Jungblut. Er ist bestimmt overpowered. Boah, scheiß Platschei. Gib doch gleich auf. Gib mir einfach die Erfahrungspunkte. Und ich bin schon wieder weg. Wo bist du? Ich bin da am See noch. Ja, bist du ja gleich hier, ne? Ja, danach gehe ich zu dieser Oma. Ich schenke mir auch Beeren. Wieso? Ja, hallo. Die sind auch richtig. Man kann zu Beeren anpflanzen. Die dann andere Leute ernten können. Oh, Gott. Hier ist, glaube ich, ein... Ach, nee. Die hat gewechselt. Och, Mann, ey. Das dauert da hier. Dieser scheiß Kampf. Wo zur Hölle bist du? Immer noch am See. Oben. Wo dieser Angler ist. Da, siehst du mich? Kämpfe gerade gegen Capra-Door. Hier ist wieder der Typ mit dem Glurack. Ja, hab ich gesehen. Und da rechts war halt die Oma. Falls du schon bei der warst. Ja, war ich. Okay. Aber zum Glück kämpft im Anime kein Capra-Door gegen Capra-Door. Warum? Ja, Platscher gegen Platscher, oder was? Wer macht den größten Platscher? Voll sinnvoll. Oh, da hat einer ein Abra. Lol, wo? Stimmt, ein Abra könnte man natürlich auch fangen. Ist das nicht voll schwer? Ja, das macht er halt die ganze Zeit Teleport, ne? Musst du sofort schmeißen. Noch ein Capra-Door. Ja, aber sinnvoll, wenn man da einen speziellen Ball hat für... Ja, Flottball zum Beispiel. Mhm. So kann man gut Legendäre fangen. Ja. Das stimmt. Oder mit Timerball halt, wenn's... Ja. Nein, Flottball finde ich persönlich den besten Ball. Nee, Timerball eigentlich. Echt? Mhm. Weil der verstärkt sich nach jeder Runde etwas. Und irgendwann ist er so stark wie ein Meisterball. Ja, klar. Aber da musst du auch eine gute Verteidigung haben. So, weil das Pokémon, das greift ja auch immer an. Ja, wenn man die ganze Zeit Beleber einsetzt. Ja, das ist aber auch ein bisschen teurer. Ja, aber da fährst du dann am Ende ein legendäres Pokémon. So, äh, ich bin jetzt gleich da. Aber wir müssen die Arena ja erstmal machen. Hast du den Ohren schon? Nein. Okay. Hab' noch auf dich gewartet. Hast du das, warte. Ich geh nur eben ins Poker Center. Aber du weißt, was nach dem Arena-Fight kommt, ne? Ja, unser Fight. Ja. Da freust du dich, ne? Ja, da freu ich mich ganz doll drauf. Was denkst du, wer gewinnt? Mit einer besseren Trainer halt. Also ich. Ich glaub, du misstverstehst da was. Ich glaub, die Diskussion hatten wir in den vorherigen, ähm, den ist doch schon angeschnitten. So. Ah, da bist du ja. Aha. Ich mach mal hier eben die anderen zwei Trainer. Ne, umwandern die einfach mal, okay, zu spät. Ne. Du, du, du hast die auch gemacht. Guck, Ritz ist so easy umwandern können. Das, das, das hätt ich nicht gewusst. Ne. Nie im Leben. Oh, scheiße, es ist hier durchgehen können, dann hier. Zack. Zack. Ne, einen hättest du machen müssen. Wobei? Ne, hättest du nicht. So. Kleinstein ist, glaub ich, tot. Ja, ist er. Das war schon mal der erste Trainer. Okay, hintergeh den anderen bitte. Also umgehe ihn. Okay. Nein, nicht hier. Oh, ein Doppelkampf. Nein, ist kein Doppelkampf. Och, Mann. Mann, ich hätt mich gefreut. Ich fang die sonst einfach schon mal an. Ja, mach ruhig. Nein. Nein, doch nicht. Wobei doch, dann musst du noch mal zum Pokécenter gehen. Ne. Also solange ich keinen Schaden nehme, nicht. Okay. Okay, ich bin jetzt drin. Ja, mach ruhig. Noch ein Kleinstein. Kleinstein Level 12 ist doch ein Witz. Ja. Deswegen hab ich dir schon von Anfang an gesagt, hast dich ein bisschen zu OP gemacht. Aber Nassgenet ist schwer. Aber ich glaub nicht mit deinem Pokémon. Das glaub ich nicht. Nicht? Ne. Du hast bestimmt schon gewonnen. Oh, scheiße. Heiler. Immer noch nicht gewonnen. Ich dachte, bei dir geht's schneller. So, ich komm jetzt auch. Den Augenblick. Ja, jetzt komm ich. Beziehungsweise jetzt. Beziehungsweise jetzt. Am Ende ein Kleinstein. Ist doch lächerlich. Ja, sag ich ja. So. Oh, die war einfach. So, jetzt komm ich. Mit meinem Hytopi. Ich hab ich ja. 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 Andere. Leinstein raus. Was ist das denn hier? Das ist schon klug. Ja, ganz genau. Lass es vor dem Pokésenter treffen, okay? Ja. Können wir machen. Hat die Heilung oder sowas? Ja, Beeren. Okay. Mit ihren Lastenäht, ne? So, uh. Wurde gerade dieser Kerl überfallen? Ach ne, jetzt hauscht es schon wieder aus. So, weg mit dir, Leinstein. So, perfekt. Wir hängen mit dem Kampf dann auch die Episode? Ja, machen wir. Wir sagen, ne? Mhm. Oder? Ja. Ich denke ja, ja. So, erster Aquarina-Orden ist schon mal sicher. Okay. Also hast du gewonnen, oder? Ja, hab ich. Oder ist er einfach sicher? Ja. Das auch. Gewonnen und sehr, sehr sicher. Und eine neue Attacke habe ich sogar erlernt. Wesenstiel. Richtig. So. Jetzt können wir die Attacke auch schon mal. I understand. Boah, die labern mal wieder viel. Ich glaube jetzt erstmal, dass ich hier diesen Steinohren bekomme. Und 1.500 Euro. So. Euro, alles klar. Ja, Pokedollar. So. Ja, ja, gib mir mal den Ohren. Können wir uns den Ohren auch mal eben anschauen. Drück C. Da ist er. Ne, du musst C klicken. Dann siehst du ihn. Wunderschön. Ja, hab ich ja schon. Achso, an der Wand hängt er hier natürlich auch. So. So. Ich bin mal gespannt auf unseren Kampf. Ich geh mal eben in meine Pokémons halten. Ich bin jetzt echt gespannt, wer gewinnt. Okay. Da ist der kranke Typ. Blablabla. Ja. Schau. Und er hat ein Utopi. Ich auch. Oh, da bist ja. Hallo. So. So. Ich denke, ich nehme das als erstes. Oh fuck. Was hast du? Was hast du? Das ist immer das Schlimmste. So, wenn man nicht weiß, was er zuerst nimmt. Ja. So. Wollen wir? Ja. Und. Achso. So schön. Wollen wir Doppelkampf machen oder was? Nein. Och. Mann. Ich mag Doppelkämpfe. Ja. Okay, dann. Send request. Hast du bekommen? Ja. Scheiße. Das ist jetzt spannend. Ich habe Angst. Nee. Ich hoffe, dass dein Jungen gut kommt. Als erstes bin gut. Okay. Mein Pudox. Wintertag. Ja, ist sehr effektiv. Leider. Überlebt es mal. Oh, perfekt. Komm Gift. Och Mann. Och Mann. Da fängt schon wieder an. Okay. Ich glaube, du gewinnst. Weil mein Pokémon noch nicht so hoch sind. Wie da eins. Ne. Da hättest du lieber Flügelschlag gemacht. Äh. Dingsbums. Ach nee. Schon so ein Profi würde ich sagen. Ja. Ich trainiere halt die Pokémon nur so, ähm. Arena Niveau. Sonst wird's zu langweilig. Sonst wascht man da ja einfach so durch. Das will ich ja nicht. Ja komm. Töte ruhig alle. Ja. Ach was. Das ist nun mal mein zweites Pokémon musst du wissen. Ja ich weiß. Du, du trainierst die für mich zu hoch. Pfff. Pfff. Mann. Loll. Ähm. Ja. Welche Attacke nimmst du da wohl? Hey. Was war das? Pfff. Oh scheiße. Wenn ich das verkappe. Das ist doch ein Witz. Hä. Was ist bald? Ich dachte bald wer bist? Ist das Walzer oder was? Yes. Ach nee. Das war Walzer. Ach nee. Ach nee. Pff. Also irgendwie hab ich echt nur Pech, ne? Ach nee. Ach nee. Ich hab ja ne Gebäude Arbeit hier. Erst dann Scheiß Sandwirbel. B's. Achyeann. Kommr Kne shouldn. A Flas. Das sind ja gar nicht so hoch. boah scheiß Dingsbums hier. Sandattacke. Was soll der Scheiß hier wieder? Ach man. Kunst. ist echt scheiße, ne? Ich weiß. Muss ich mal eben anmerken. So. Nochmal. Kannst du mal bitte aufhören damit? Das wäre echt saunett. Double Kick auch noch. So, bitte. Ja. Bitte. Nein! Och Mann. Och Mann, ey. Es ist doch gemein hier. Endlich. Wie viel macht er schaden? Ein bisschen. Hm, was nehme ich denn da? Da, so, komm. Hm, ist dein Tod. Ja, leider. Och Mann. Tu, mein Marell. Hä, du hast noch eins? Ja. Ich glaube, das muss ich anders lösen. Och, nö. Och Mann, das ist so wieder unfair hier alles. Meine Pokémon sind nicht so OP wie deine. Es ist nicht sehr effektiv, habe ich gehört. Du musst einfach taktisch spielen. In der Taktik liegt es. Nee, es liegt an den Levelunterschied. Nein, das kann nicht sein. Es wäre ja, es wäre ja lächerlich. Nee, gar nicht. Du kommst doch noch auf so absurde Ideen. Nee, unfairer Kampf mal wieder. Ich würde mal wieder sagen, easy. Nicht verdient gewonnen, muss ich dazu sagen. Easy gewonnen, würde ich dazu sagen. Irgendwann schlage ich dich auch mal. Nein. Doch. Nee. Doch, doch. In der nächsten Arena tötet ich dich. Meinst du? Ja. Bist du ganz sicher? Ja, bin ich. So, kommt Verabschiedung. So. Ja. Ja, das war mal wieder ein unfairer Kampf vom Flauschinator. Ja, der Besserer hat wieder mal gewonnen, wie immer. Nee, 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 nee. Sehe ich gar nicht so. Hier, Anfängerglück sage ich dazu. In der Wahrheit nicht ins Auge sehen. Nee, doch, doch kann ich. Und die Wahrheit ist, dass ich gewonnen hätte, wenn meine Pokémon auch einen besseren Level hätten. Ja, ausregen kann ich mir auch. Ja, 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 ja. Weißt du, wo hier Zerschneider ist? Zerschneider? Ähm, nee, hab ich vergessen. Okay, ich hol mir mal eben noch Zerschneider. Bei der Frau. Und bei dem Mann. Haha, ich hab dich reingelegt, bei dem Mann bekommst du es. Ich will trotzdem mit der Frau reden, die ist freundlich. Ach so. So. So, ja, das war's damit dieser Folge von Pokémon. Wir sehen uns dann in zwei Tagen wieder. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.